ok dann wollen wir mal das war ein bisschen blöd so und sicher hochziehen und dann kannst du auch hier rüber kommen so ok so ein osiris menschen finden hier ist nur so der zeigt nach oben also gehen wir richtig ja mit feuer warte mal ich habe eine fackel ja oder so warte mal also ja und nun ist es doch irgendwo ist dann wahrscheinlich noch eine ja ok ja ausprobieren 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 warte mal da ist da auch noch ein bisschen vom eis aber das aber das geht nicht kaputt doch ich bin hoch ich habe schon mal schädel geholt ok sehr gut ach da unten ach so die sind verstreut ja genau machte das so 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 und irgendwo muss hier noch eins sein ja hier ist es so ein kleines feines rätsel genau das war knapp du kommst mit du kommst mit das kostet baumeister rätsel also auch gott zerstöre alle pfeil fallen im grab überlebe die falle ohne schaden zu erleiden lustig aber auf dem bild ist er gar kein schurke da hier beschützt er und da drüben stellt er sich schützen vor reisende dieses bild ist eines der ältesten das wir je gesehen haben in der tat seht gehörte zur familie er war aus ihres bruder diese zeiten sind vorbei seht hat den heiligen kreislauf durchbrochen und will die welt ins verderben stürzen er ist ein schatten dessen was er einst war vergessen von den sterblichen die uns einst verehrten selbst götter verzweifeln wenn ihnen nichts als leere gesellschaft leistet der seht den ihr hier vor euch habt ist nur noch ein mythos ok und wir dafür geschichtsunterricht dazu ja auf jeden fall sogar die gräber sind gefroren gar nicht gut das ist das thema hier kommen wir nicht lang das ist alles bei ihr wir sind nicht in der position unterschiede zu machen ach kann das sein dass ich ja das anzünden muss jo wahrscheinlich schon jo hier können wir noch lang gehen oh sonst ist es ist genau so gut so so ganz vorsichtig jo ich komme ich komme obwohl ich glaube ich glaube du musst nur auf den schalter drauf jo ich mach mal die feine weg ja kann kannst du machen zerstörung und so oh gut randale so das reicht ich will aber alles das konnte ich sauber machen ja ok dann machs der streckt das lp ja nur in die länge ja ja ok aber jetzt fängt es an hier wärme zu wärmen so ein bisschen heißen dampf gemacht sehr schön ahja jetzt bewegen sich auch die zahnräder ja und jetzt kommen natürlich auch gegner die sind aufgetaut worden oh ich brauche leben soo ne guck mal durch ok natürlich mit frostfallen soo du brauchst auch ein bisschen nehmen genau so habe ich diese armen seelen haben sich geopfert um diesen motor zu bauen und jetzt verlangt seht dass sie für ihn kämpfen selbst im tot oh Gott gar nicht gut nur das ist eine solche selbstmöder die hoch gehen jo wow sehr schön sehr schön ja kann man weitergehen cool genau oh Gott kann ich wieder einfrieren hier Eis fallen auf zahnrädern ernsthaft easy dann wollen wir so gehen oh maximition jawoll aber so bin schon drüben jo ich auch next animation stirbt käfer äh du springst diesmal ich bleib stehen und warte auf dich dann ja so geht es ah jetzt ist das auch nur so eine timing sache ah toll ich kann nicht schneller machen und langsam machen du naja du kannst das ja glaube ich ein bisschen beeinflussen ne so ich kann nicht schneller machen die rede und langsamer machen so und jetzt muss ich rüber ne jo wahrscheinlich schon ja ach wie toll du kannst schon ich mach nochmal schneller genau und damit der spalt damit der spalt wieder kommt genau warte jetzt so jetzt jetzt hast du genug Zeit rum rüber springen nein scheiße jetzt bist du zu weit gesprungen glaube verdammt du bist du etwas zu weit gesprungen ja das glaube ich auch ich spiel nochmal so äh jetzt ist wieder genug Zeit ah na wieder bitte zu weit gesprungen du musst wahrscheinlich früher absprungen so jetzt genau so stopp genau da bitte so sehr gut genau und jetzt nochmal nochmal perfekt sehr gut sehr gut sehr gut da hast du mal bei der Munition hier oben ah ja sehr gut und du ein bisschen neben so und jetzt heißt es wieder springen so aber jetzt lalala 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 so jetzt kommen wir aber uah stirb du umhalt jo da um wow treppe umfallen oh mein gott doppel eisfalle boah das war knapp ach ne das ist jetzt nur für den roten Schädel ich bleb hier jawoll noch da hinten muss man dann lang ja oh 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 ah scheiße ach das wird so eine kacke muss ich da wieder treffen ach das wird so eine kacke ach was mach ich da ja ich muss bitte so jetzt und das loch habe ich ich muss noch das auch jetzt unten toll warum warum springe ich jedes mal in den tod rein oh scharfschützen gewehr ja kann ich darauf klettern oder was von den oh mit 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 das mega gewerb waffensterke ist unglaublich hoch ist verbessert es schafft schützen gewehr Geil. Oh, oh. Oh, ja. Du musst mir alle Bädekugeln treffen, wahrscheinlich. Ja, ich muss alle Bädekugeln treffen. Haha, toll. Na, das ist ja gar nicht gefies. Hä, was man hat denn? Die Augen haben da bestimmt irgendeine Bedeutung. Nur da kannst du dich anhalten, die Digger. Ach so. Perfekt. So, mach einfach so. Genau, so läuft's auch. So, jetzt müssen wir nur halb rüberkommen. Sprühen. Jo, und zwar hier so. Und hier so. Und hier so. Und dann so. Jawohl. Alles klar. Alles klar. Das wurde nice. Dann darf man eben hin. Ah, da geht's noch weiter. Flammenfallfalle. Verdammt. Da ist eine Bädekugel und da ist eine Bädekugel. Ja, toll. Äh, lol. Maximale Grundheit halt. So, und jetzt? So, wir müssen hier auf den Gegner aufpassen. Ach, da oben ist noch eine. Wie komm ich jetzt da hoch? Ach so, dann müssen wir mich wieder hochhucken. Da oben ist so ein An, so ein Seil, so ein Dingsen. Ne, oben. Ja, ich seh's. Da oben auf der, genau. So, jetzt muss ich hier nochmal hochdingsen. So, jetzt. Genau, dann kannst du noch unterspringen. Ja, mach ich mal. Einmal frei. Einmal frei gemacht. Jetzt kommt Flammenfalle. Äh, ich seh's schon. Da oben. Aus, 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 aus Flammen. Da kommt noch nicht weiter. Dort oben. Oben ist doch dann. Aus, da wird man schlafen. Da. Was noch? Oh, knapp. Das war sehr knapp. Überhaupt mal nicht knapp. Das war überhaupt nicht, überhaupt nicht knapp. Ah ja, sehr gut. Jetzt kannst du. Ich bleib mal lieber drauf stehen. Nicht gezogen. Ähm, und jetzt? Nimm mal. Ach so. Aber mit Pfeilen. Oh, scheiße. Mach das hier. Na, warum hast du dich nicht an der Kante festgehalten, Lara? Weiß ich leider nicht. Na toll, ich seh's schon. Jetzt musst du da hinten, wo der Schalter ist. Und dabei muss er aufpassen, dass du nicht in die Flammen gerätst. Oh, heiß, heiß, heiß. Oh, heiß, heiß. Oh, nee, so nicht. Ich bin sehr trottlich drauf, ich weiß. Ich bin sehr nicht gut dran. Ja, das musst du jetzt natürlich machen. Das ist eine richtige, das ist eine richtige Timing-Sache. Du musst so gut aufpassen. Hm, ich mach' mal gucken, man kann ich auch für ein Sprung auf dem Ding rum. Ja. Aber trotzdem, oh, trotzdem, ich hab' mich da oben herzgehalten. Oh, nein. Oh, ich hab' mich da rausgehalten, ja. Oh, wie süß. Ich hab' mich doch festgehalten, ja. Aber es ist trotzdem heiß. Oh, nein. Alter, mach' ich denn so heiß? Ich glaube, weil du... Mach' ich denn hier so heiß? Ich glaube, weil du im Brennmodus bist. Ich schlippe auch. Oh, Mann. Muss ich aber echt mal gucken, was ich machen kann. Kannst du, kannst du nicht rollen? Muss ich mir mal die Rotation angucken. Auf dem Seil rollen? Ja, weiß ich nicht, geht das nicht? Nee. Nee, ich kann nur springen. Okay. Heulen kann ich nicht, ne. Ich kann nur auf dem Seil springen, kann ich nur. Tja. Ich mach' einfach bloß. Oder ich warte halt einfach. Das war geil, aber... Ja, das ist so. So. Genau, ja. Jetzt ist es aus. Jetzt kannst du. Nee, du musst ja rüberkommen. Na ja. Achso, ich dachte gerade... Ähm. Schnell! Boah, todesmutiger Sprung. Ui. Todesmutiger Sprung. Alter, irgendwie. Das war... Das war gut. Das war sehr gut, Tony. Mal her. Muss ich nur rumrollen? So, ich tu mal her. Also, ich will schon was machen müssen. Ja, Moment. Erstmal sammeln. Erstmal... Erstmal einsammeln hier. Nee. Achso, scheiße. So, bitte. Das geht auf Zeit. Ah, nee. Ja. So, jetzt kannst du. Jetzt kannst du. Ich tu schon mal die Zeit wieder verlängern. Ich hab' die Zeit verlängert, jo. Jetzt musst du nur rüberkommen. Ähm. Ja. Moment. Ja. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Jo. Der meisterhafte Springer. Sehr gut. So. Ah, ja. Ich seh's schon. So. Nee. Das brauch ich hier. Nee, das kannst du hoch. Achso. Erwähnen jetzt. So, können wir so machen, klar. So, können wir so machen. Oh, lol. Oh, mach mal so. Geh los. Scheiße. Ich muss unten kämpfen jetzt, aber. Ich muss wahrscheinlich unten kämpfen, du oben. Stirb. Ernsthaft. Ich kann zu dir grad nie helfen, ey. Ist sowieso. Hm. Okay. Ah, nee. Da lebt noch einer. Ach, scheiße. Ja, ich kann leider nicht so hoch, das ist so blöd. Okay. Ich hab keine Muni mehr, deswegen. Achso, schade. So, jetzt kannst du hoch. Ja, weiter muss ich mir ein bisschen Stabaktion machen. Hey, oh Gott. Moment. Kurzen Moment. Ich kann zwei anhalten. Äh, jetzt. Oh, das war knapp. Das war knapp. Achso, das war schon. Das war sehr knapp. Das war überhaupt mal even close. Gesundheit wäre für dich oben eine Option, vielleicht. So, ja. Oh, oh. Okay, alles eine Frage des Timings. Ja. Alles noch. Oh, unten. Natürlich. Ich weiß schon, wie. So, dann guck mal und ich geh mal und ich geh mal hin. Warte, warte. Warte, warte. Jetzt, 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 jetzt. Super. Wie sie? So, das war gar nicht hier. Ja, das muss ich nur. Hörst du hochkommen? Okay. Ja, hier beim roten Schädel kannst du hochkommen. So, hier schlägt mich schon mal hin. Achso, du musst ihn. So. Kann ich das so hochziehen? Schon mal bitte schnauer machen. Okay. Toll. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Nee. Du warst nah dran, aber nicht ganz. So, jetzt kannst du. Ernsthaft? Ja, das war ohne ganz. Ja, das war ohne ganz. Das, ja, 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 so. Ja, schon. Shit. So, jetzt komm so hoch. So, jetzt. So, jetzt, komm. Ei, 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 ei. Ui, 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 ui. Ja, nicht so ganz. So, jetzt. Oh ja, Munition, Munition. Da ist wieder Munition. Ja, toll. Jetzt gerade in den Abgrund gefallen. Slow-Pro-Herausforderung. Schade. Das finde ich sehr schade. Ah, toll. Natürlich, Gegner. Wo, ich hab schon, danke. Aua heiß. Aua heiß, ich bin tot. Aua heiß, tot. Der Tod ist heiß. Ich glaube, dass man Aua, ich mach nicht so scheiß. Das ist schon so heiß. Wo müssen wir denn hin? Oh, irgendwo. Ah, 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 ah. Ganz nach oben durch. Nach oben durch. Genau. Immer schön oben durch. Genau. Scheiße. Immer schön oben. Scheiße.